Die Mobilcom Debitel GmbH aus Erfurt gewinnt in diesem Jahr einen Gold Stevie Award in der Kategorie Management Team des Jahres und einen Silber Stevie Award für Birgit Kefke, Bereichsleitung der Kundenbetreuung als Managerin des Jahres. Hier sind Birgit Kefke und Alexandra Berg, Leiterin Kundenbetreuung Sales, um die Awards entgegenzunehmen. Mobilcom Debitel ist ein Digital-Lifestyle-Provider und bietet eine Produktpalette rund um Netz- und Datenlösungen und Services wie etwa die Mobilcom Debitel Cloud. Es gibt mehr als 560 Mobilcom Debitel Shots. Ein wunderschönen guten Abend zusammen. Ich bin heute hier stellvertretend für mein Kundenbetreuungsmanagement-Team und für die 1000 Kolleginnen und Kollegen, die täglich die Kundenbetreuung für unsere Mobilcom Debitel Kunden erbringen. Ich bin sehr, sehr stolz, heute hier zu sein, den Award entgegennehmen zu können und bedanke mich ganz herzlich bei der Jury, die uns die Anerkennung und Wertschätzung für unsere Arbeit mal auf eine andere Art und Weise gibt. Herzlichen Dank. Schönen guten Abend, auch von mir ein herzliches Dankeschön. Ich bin Part des ausgezeichneten Management-Teams und ich bin da wirklich stolz drauf. Wir sind eine ganz, ganz tolle Truppe und wir haben sehr viel Spaß bei der Arbeit. Und so was dann auch noch mal mit so einer Auszeichnung von einer fremden Jury gewürdig zu bekommen, das macht uns wirklich sehr, sehr stolz. Vielen Dank und allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.